Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Engelbotschaft oder Engelenergie Ich denke, ich brauche nicht allzu viel erzählen über Engel. Das ist vertraut. Die helfen uns in unserem Leben. Und jeder Mensch hat einen persönlichen Engel oder einen Schutzengel, wo jeder Mensch einen persönlichen Bezug zu diesem Wesen hat. Und welche Engel beschützt sie in ihrem Leben? Es ist natürlich wichtig, dass sie auf ihren Intuition hören. Oder wenn sie persönlich auf diesen Botschaften hören. Aber eine Anregung kann ich ihnen gerne geben. Oder eine persönliche Engelkarte kann ich ihnen ziehen, wo im Augenblick ihnen helfen kann. Und sie können gerne diesbezüglich mich fragen und das als Blitzberatung buchen. Wie funktioniert es? Sie schreiben mir ein E-Mail. Bitte dazu schreiben, meine Engelbotschaft oder meine Engelkarte. Und das trifft sie persönlich im Augenblick. Vielleicht ist es nicht diese Engel, die ihnen im Leben lang begleiten, aber im Augenblick ist es die Energie, was in jetzigen Situationen ihnen hilft. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Bitte dazu schreiben, Engelbotschaft. Und ich beantworte diese E-Mail blitzschnell. Eine Botschaft, ein Hinweis, eine Engelkarte kostet 10 Euro. Und oft brauchen wir diese Unterstützung in unserem Leben. Wir sollen den Engel auch vertrauen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt schnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.